Wo ist die Tür? Ich gehe freiwillig. Die Tür ist über dir. Komm nicht ran. Bist wohl hier gefangen. Bitte holt mich hier raus. Ich bin kein Star von Nichols. Also holt mich hier raus. Primo. Das ist Primo. Habe ich mir auch gedacht, ja. Ich überraschend. Wacht so auf, gehst in die Garage. Ja, Primo, was geht? Dann so, nein. Nein. Und dann, wer gibt das hin? Warum müssen die Reifen eigentlich schwarz? Kann man Reifen nicht mehr grün machen? Es gibt weiße Reifen. Nein, grün. Ja, weiß ist ja langweilig. Dein Fahrrad hat weiße Reifen. Hat's gar nicht. Ein Teil. Können Sie umlegen, soll ich? Ja, das war richtig. Nicht so laut, bitte. Dein Sohn möchte schlafen. Entschuldigung, Sven. Ach, dann darf ich nicht an die Öffentlichkeit, ne? Nein, also, ich bin Single. Warum tust du sowas? Du bist auch Single. Du warst schon immer ein Single. Du hast das Kind gefunden. In... ...ganz irreweit wegster. Okay. Kann streckenlang, hab ein Auto. Du bist ja nicht so gut. Die Tagstellung kann die Juft gelagten, äh, die Juft gelagten, weil in die Luft gejagten ist, da kannst du so bis Jone in diese, diese roten Kreise, weil die wir nicht wissen aus, was ist immer hoch bestehen. Das war letztens ein Bad gesehen, äh, äh, jetzt fühlst du ganz toll. Oh ja. Ah, ich kann nicht sehen, wenn ich abbrechen. Das ist bulletproof. Hey, da steht Max Payne. So, ich hab's gesehen, aber immer ist der eine Ex-Payne hat Y-Payne, hat Y-Payne, hat Y-Payne, hat Y-Payne, hat Y-Payne, hat Y-Payne, hat Y-Payne. Ich hab ihn genommen und dann so, lass ihn doch Anti-Aggressionsfilm nehmen, ich bin eingestiegen. Nein. Oh, da kommt nicht mal einer raus. Ich muss ja erstmal, ich muss erstmal den Dings, Dings da nehmen. Ach, nee. Das funktioniert, schau. Ach, ne. Ach, ne. Ich weiß noch, die Mission hab ich schon vorhin mal probiert, weil so zu kosten. Oh, dann brauchst du hier, geht es schon, paar? So, jetzt, wir müssen einfach umfahren. Echt? Ne, wir können's probieren. Bisschen warten, bis er brennt. Falls er irgendwann passiert. Siehste? Wird funktionieren. Siehste, jetzt dampf da, 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 jetzt dampf da. Ich geh nicht drauf, schon mein Zustand. Ich geh nicht drauf an. Der soll brennen. Jetzt gleich schwarz. Gleich brennt er, gleich brennt er, gleich brennt er. Zack. Ich hab gesagt. Oh, nein. Fuck, dieser Kacktank. Ach, man. Er hat sich gelöst. Du kannst ihn immer noch nehmen. Ne, es wär zu einfach. Super, sag ich. Nochmal starten. Das ist das, was er bei, als ich's vorhin gespielt hab auch immer passiert. Ja, aber da bist du auch selbst schuld. Bin ich gar nicht, man. Du hast gefehlt. Ne. Ich geh jetzt weinen. Ne. 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 Hast du jetzt Angst? Ich kann in den Köpfe reingucken. Nicht in meinen. Das denkst du auch nur du. Weißt du nicht. Hör auf genau das zu denken, was du gerade denkst. So was schickt sich nicht für eine junge Lady. Genau. Ach, ich bin so froh, dass es kein Schwein sehen wird, diesen Part. Ist ja so peinlich. Es ist ja so peinlich. Hey, das Motorrad. Zum. Zum. Umsonst. Das interessiert ihn auch nicht. Ne, wieso auch. Das hast du schon mal gesagt, den Part. Ja, auch gar nicht. Warum schaust du meine Parts an, man? Das geht auch nicht. Mir leid. Ich mach das nur so aus reiner Gewohnheit. Ich mach das nur so aus meiner Gewohnheit. Ach so. Ich mach das nur so aus meiner Gewohnheit. Ja, wir haben ein Auto. Wir haben einen Stern. Nö, wie so denn? Ne, mach gar keinen Sinn. Wir haben einen Stern. Nö, wie so denn? Ne, mach gar keinen Sinn. Ja, warum interessiert er sich auch für mein Leben? Okay. Good plan, I guess. Zack. Und wir stehen wieder. Und wir stehen nicht. Und wir stehen schon. Und wir stehen nicht. Und wir stehen schon. Jetzt komm schon. Und Lot beibelt auf. Ja, was引z auf. Danke schön. Ja, wo muss ich jetzt lang? Oh, nee. Ich kann nur ein Dollarzeichen fahren, was am nächsten Mal war. muss ein bisschen Werbung machen als weitergeht das ist Mr. Grants Bike Shads oder was steht da und Bike Rentals Clothing Repairs as Swires geht dahin wenn ihr Fahrräder kaufen wollt wenn ihr Mr. Grant besuchen wollt ich wollte nur sagen es gibt Free Candy Free Candy Police Department wenn er nicht mehr ich wusste es ich weiß aber das ist am nächsten dran wer schön blöd wenn ich irgendwie langfahrt aber vor allem und der reichenten ist zurzeit ja mach doch mal ich hab die die ich werde nicht Escape drücken Nein. Kann ich die abschießen? Das war kugelsicher, das Glas, ne? Was? Ja, war kugelsicher. Solche Wichser. Auch granatensicher. So. Ich nehme das als... Ja. Kann ich doch nichts für, wenn ihr mir Wichschen... Ich streige eins, bevor die Fangstelle hochgeht. Ach, wir hatten jetzt übrigens zwei Sterne für eine halbe Sekunde. Das passiert. Der ist nämlich nicht mehr so wichtig. Ich werde der Jubiläte gleich eh wieder. Von daher... Wom leckte es, hör auf. Uh. Ja, die ist gekommen, ja nicht. Wenn ich anspruchsvolle Spiele mal gespielt habe. Ich verstehe zusammen, aber jetzt nicht. Ich hab den doch, hallo. Nee, drücken. Hab ich vorher auch nicht, Mann. Nee, nee. Nee, nee. Nee, nee. Sofrieden ist, hab ich eh gedrückt. Ach. Ach. Hab ich echt? Jetzt hat's funktioniert. Er lebt doch noch, obwohl er voll ungefallen ist. Wer lebt? Die weinten. Die Lungen gefallen? Echt? Ja, ich muss nicht gar nicht. Ich muss nicht gar nicht. Ich weiß, ich weiß, dass wir das gleiche sind. Ja, ich weiß, dass wir das gleiche sind. Kannst du einfach aufsteigen? Nein. So. Ja, wir fahren jetzt einfach. Der brennt sowieso gleich. Aber ich will nicht rückwärts fahren, weil wir sind lustig der Tank wieder. Das ist wie am letzten Mal auch. Das ist am letzten Mal, wie gerade jemand. Ja, der ist vielleicht umgefallen. Oder auch nicht. Der Zustand ist gerade sehr schnell, um einen sehr großen Angriff. Ich hau ab. Wird mir zu heiß. Ich setze mich ab nach Hawaii. Ja, war neben Ihnen, wenn ich so schnell bin. Entschuldigung. Warum ist der so schnell? Jetzt weiß ich, wo wir sind. Der ist nicht an das Tennisnetz? Ja. Oh ja. Was heißt hier nein? Nicht wirklich nein. Da habe ich den Part vielleicht noch gar nicht raus. Doch, habe ich schon. Dann habe ich ihn nicht gesehen. Wie, du hast ihn nicht gesehen? Ich habe ihn alle angeschaut. Warum hast du nicht alle angeschaut? Und du hast noch gesagt, wie schaust du meine Parts an? Ja, das sollte heißen, warum schaust du meine Parts nicht schneller an? Ich dachte, ich habe gar nicht meine Musik angemacht. Voll Spaß. Doch, das ist es schon wert. Epische Musik. Ich dachte, ich habe die eine Musik noch drin, aber ich glaube, die habe ich rausgenommen. Welche? Es ist Harry. Warum nicht wackelt, das ist Harry? Es wäre ein bisschen kurz, aber wir sind da. Nein, noch nicht. Ich will jetzt in diese Takt. Wenn ich das jetzt noch verkackt, dann wäre ich so abkotzen, ey. Ja, das ist ein Versuch. Boom. Wenn wir Geld bräuchten können, können wir da jetzt ein bisschen in den Shit rocken. aufs Geld warum warum geht sie jetzt wird noch Business zu erledigen Mann Peter Kassier der Städte das ist macht doch gar keinen Sinn jetzt erst mal einen Anruf abzuwarten wo nein nicht da reinfahren also ich will jetzt eigentlich einen Anruf kriegen aber nee warum warten wir langweilig nur was für Spießer Cruiser is head of the road das war Absicht warum fährst du so Mann warum rennt er da man weiß ich nicht wo ist es du kennst mich das ist die Wahrheit nein ich nicht Perfektion sie sagten du bist ein moron wer? ok du kannst das Akt jetzt du bist die Polizei? nein wir haben einen mutuellen Freund und Businesspartner wir machen? wer? ja hast du keine Autos zu verletzt? oh Mann 10 Pfenn ich sollte das wissen das a**hole also ich habe eine Wohnung in einem Motel in AngelPine sicher dass niemand dich folgt also das ist wie fangst du Pi? ja das habe ich mir auch immer gedacht passiert ach hattest du es im bobo schon mal? ich habe das spiel schon durchgespielt ach so nötig an the truth kommt zum ersten mal vor sonst hätte ich jetzt ja nicht gesagt dass ich ihn gar nicht kenne bleib schön steh ist er doch nein warum gehst du außen rum man wie kann du so dämlich sein ja hier waren nur Traktoren ja hier waren nur Traktoren ich will kein kacktor ja ich sagte kacktor ne es war nicht gut er war doch gut nein das war jetzt nicht gleich genug wir hier müssen doch irgendwelche dicken Kahn geben warum rennst du nicht man? renne kann er nicht mehr renne hallo die wollten ein Freundschaftsgeschenk kann ich dir was für? und was ist da hinten? oh 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 yeah das sieht nach einer heißen Angelegenheit aus badum tss Mörderwitz danke danke ja ja ich weiß ja ich bin wirklich so gut war ein bisschen weit das war gut das war schlecht ja ne war Absicht klar sicher ich hab gar keine Zerstörung zu tun es kommt alles vom Alkohol ich will bitte mal ein Bier kurz zu tun nein wieso nicht komm nicht hin du sitzt einen halben Meter daneben ja aber ich sitze halt daneben und nicht genau da ja wenn genau da sitzen würdest ja dann wäre ich auch nicht genau da das macht keinen Sinn dann lest jetzt mein neues Buch ich hab gesagt du sollst keine Werbung machen es gibt kein Buch von dir schau mal ich mach den Felsenheld ich bin die Erleuchtung einfach ist das wirklich Deine Musik ja ne wie scheiße Entschuldigung was ist das das ist Prinz of Persia von der PS3 hier was ich hab das Spiel das Soundtrack ja schauen wie gut ich fahren kann ja hast du gesehen wie gut ich fahren kann nein ich bin wirklich das raucht das raucht das Auto raucht so jetzt hallo was ach komm nicht ja schau mal da ne Fliege hast du gesehen ja sie alles das Jetpack lag übrigens im Gras ja genau man lässt auch jeder hat ein Jetpack lässt man einfach mal so liegen ne ja ach ne ich schmeiß es einfach in die Wiese ach der Tokaloni wird es schon finden ne ja klar alles ist klar ja ist auch so ja wenn du den Part anschaust wirst du sehen das lag in der Wiese